Ja moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Am 6. Dezember startet schon das erste Event, was heißt schon, es dauert ja doch noch tatsächlich ein bisschen, das erste Event in Season 15 und ich bin mir leider tatsächlich nicht wirklich sicher, ob das Holobesh Event tatsächlich erstmalig ins Wasser fällt. Ich hoffe natürlich nicht, denn das Collection Event startet wie gesagt am 6. Dezember und soll drei Wochen gehen. Ich habe sämtliche Items für euch, alle 24 Collectibles und dann schalten wir, Achtung, nicht das Tierabstück, sondern tatsächlich schon den Wraith Prestige Skin frei. Das heißt, das Tierabstück kommt erst im zweiten Split. Diese Reihenfolge so rum, seit der Prestige Skins gab es tatsächlich noch nicht und damit habe ich nicht gerechnet und ich dachte ursprünglich zum Start des Events am 6. Dezember zwei Wochen und danach startet direkt das Holobesh Event. Achtung, mir ist im Video was aufgefallen, ich habe es schon eingesprochen und auf einmal sehe ich, Mensch, da wird ja was gezeigt. Achte mal genauer drauf, denn oben links, also ihr seht ganz oben Season Eclipse und irgendwann wechselt immer mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das auf die Schnelle sehe. Irgendwann steht da 69 Tage, da stehen 69 Tage, bedeutet, der Start ist am 6. Dezember, das kann man soweit runterrechnen, allerdings steht weiter unten Wintertide Collection, Event Packs und so weiter noch 20 Tage. Das heißt, das Event geht drei Wochen, somit bis zum 27. Dezember. Und ursprünglich nach zwei Wochen dachte ich, danach startet direkt das Holobesh Event, ein bisschen Weihnachtszeit rein stimmen, so wie das jedes Jahr der Fall war, Holobesh Event bzw. das Winter Express Event. Wer es noch nie gespielt hat zu Weihnachten, mit einem Zug quer über vier Stationen auf Worlds Edge, macht ultra, ultra Spaß. Also das ist wirklich einer meiner Favorite Modi im gesamten Spiel. Ich zeige euch jetzt erstmal alle Skins und ich hoffe auf eine Mischung von verschiedenen Modi, weil es heißt zu Weihnachten erstmalig anders das Event. Nicht Holobesh, sondern Wintertide. Wir können also davon ausgehen, dass es entweder über drei Wochen ein komplett neuer Modus ist oder ein bekannter Modus, aber er heißt eben nicht Holobesh. Das könnte halt wirklich sein, dass der Holobesh Modus diesmal komplett rausfliegt, was ich auf jeden Fall nicht hoffe, weil dieser Modus macht wirklich extrem Spaß. Oder vielleicht ist es tatsächlich so eine Mischung. Das erst vergangene Halloween Event war ja auch eine Mischung über vier Wochen von verschiedenen Modi, vom Shadowfall Event bis hin zu Gunrun und Capture und so weiter. Und deswegen könnte natürlich das jetzt in dem Winter Event genauso sein. Ich habe mich einfach nur ein bisschen erschrocken, dass das vielleicht komplett ins Wasser fällt. Wie auch immer, wir fangen jetzt mit dem Bangalore Frame an und vergesst bitte nicht eure ehrliche Meinung hier reinzuschreiben. Was haltet ihr von den Items? Dann haben wir ein Bangalore Holo. Moment, jetzt war ich echt ein bisschen zu langsam beim Stoppen. Zack, wir wollen ja alles genau sehen. Das ist das Bangalore Holo. Wir haben ein Krypto Frame, dann noch ein Krypto Holo, ein Newcastle Frame und ein Newcastle Holo. Dann haben wir ein Valkyrie Frame und jetzt, da musst du wirklich zweimal hinschauen. Ich dachte beim ersten Mal hinsehen, Mensch, Valkyrie Holo sieht doch eher wie Wraith aus. Aber es ist natürlich Valkyrie. Dann haben wir einen Horizon Skin. Und einen Mad Maggie Skin. Alles noch episch, nicht legendär. Wir haben einen Mirage Skin und noch einen Wraith Skin. Jetzt kommt der ganze legendäre Staff. Und da fangen wir mit dem Bangalore Skin an. Dann die KSMG. Ein Krypto Skin, der hat auch was, muss ich sagen. Und jetzt kommt mein absoluter Favorite, bis natürlich auf den Wraith Prestige Skin, der Havox Skin. Und da muss ich leider sagen, schade. Im Battle Pass kriegen wir zum Start direkt einen mega, mega geilen legendären Havox Skin. Da kannst du dich dann schwer zwischen beiden entscheiden, wenn wir in einer Season zwei richtig geile Skins für eine Waffe bekommen. Aber das ist ein Luxusproblem. Als nächstes geht es weiter mit Newcastle. Dann haben wir die PK. Dann haben wir Valkyrie. Die Triple Tag. Jetzt geht es nochmal ganz kurz zurück auf Valkyrie. Jetzt kommt Bloodhound. Der, finde ich, sieht so ein bisschen den Battle Pass Skin von der letzten Season ähnlich. Dann die Prolor. Gibby. Und die 99. Und hier finde ich es nach wie vor sehr, sehr schade. In der Vergangenheit sind auch extrem viele 99 Skins rausgekommen. Warum machen die nicht den bekannten Pay-to-Win oder das Pay-to-Win Visier da drauf? Das finde ich echt mega schade, den wir schon auf dem Battle Pass für die 99 hatten. Und auch aus dem Package können wir einen regulären Skin mit einem anderen Visier ziehen. Finde ich mega schade. Würde auf jeden Fall eh noch ein bisschen mehr Umsatz machen. Sei es drum. Jetzt kommt natürlich Stufe 1 für den Wraith Prestige Skin. Ich finde alle Stufen extrem geil. Der zweite gefällt mir von allen dreien tatsächlich am besten. Und bei diesem Skin, als ich den erstmalig sah, bevor ich so richtig gerafft habe, dass das der Prestige Skin ist, dachte ich, Mensch, geiler Skin für Horizon. Natürlich, die Haltung sieht man ganz deutlich, dass das Wraith ist. Aber so für den ersten Moment denkt man, cooler Horizon Skin. Aber tatsächlich mega nice. Und auch der Finisher, den finde ich ultra, ultra cool. Habe ich aber schon mal ein Video drum gemacht. Jetzt bin ich auf jeden Fall in den Kommentaren gespannt, was haltet ihr von den ganzen Collectibles. Ich weiß, ich bin meiner ehrlichen Meinung ganz oft an viele geraten. Möchte jetzt nicht zu sehr raushauen. Aber ich muss sagen, haut mich tatsächlich nicht vom Hocker. Zwei, drei Sachen, die ganz geil sind. Alles andere, naja. Jetzt schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.